Wir gehen knackig in die Reacts rein, meine Freunde, und schauen uns ein paar lustige Videos an und dann, später spielen wir noch was anderes. Ich hab nämlich noch ein paar Ideen, was wir zocken können, außer Craft Attack. Let's go. Deutsche Memes. Xuna. Xuna. Sie auch zu übernehmen und entschweren uns endlich mit ihrem blöden Handy aufzuspielen. Das ist eine Unhöflichkeit, das sage ich schon meinen Kindern immer den gesamten Tag. Digga, der Sebastian Kurz, Kurt, wie heißt der Kurt? Sebastian Kurz? Kurt, Kurtmann? Digga, der hängt wirklich nur am Handy, der Typ. No Joke. No Joke, was für ein geiler Bundeskanzler einfach. Bundespräsident, keiner, kurz. Das tut man nicht. Diese Handy-Manie ist ein krankhaftes Such der Bundeskanzler. Überlegst du sich das mal. Ich hab's gerade geknallt. Zum Glück keiner verletzt. Alles cool, macht euch keine Gedanken. Wenn Twitch bei Montel nicht geklappt hätte. Montel macht jetzt den Einweiser, der Ehrenmann. Hat auch hier den Notruf abgesetzt. An der Stelle nochmal. Free Montel. Lol, what the fuck, Digga. Ah, Digga. Wenn Kartoffelsalat mit Knackwurst an Weihnachten isst, tut mir leid. Warum hab ich das geschrieben? Ich persönlich, jeder kann das essen, was er möchte, ich persönlich finde, dass Kartoffelsalat und Knackwurst kein festliches Mahl ist. Ui, Knackwurst mit A, Kartoffelsalat, Knackwurst. Digga, also, wirklich. Gibt es, gibt es nicht irgendwo ein Video, wo es halt Best-of-Montel-Logic-Doppel-Moral-Widersprüche gibt? Das muss es doch irgendwo geben, Leute, oder? Schmeckt, Jet. Knackwurst. Das schmeckt. Mit Knackwurst geht immer. Die haben diesen Hamburger Knack. Paluten kann das auch nicht aussprechen. Knack. Mit schönen Knackwurst geht immer. Knackwurst. Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Maybe next time, du ... Ja, Bruder, ich gönne dir von Herzen. Katzenageln, dankeschön, Bro. Auge machen, immer am Auge machen. Der hätte dich einfach eingeschissen, geil. Das war ja wohl komplett wieder nicht, Digga. Das kannst du doch nicht bringen, Alter. Ein paar Sekunden später. Digga, wie so zwei Brüder. Das war die Rache für deine rumgescheiße vorhin. Ich brauche aber eher so einen Mann, der so sagt, äh, hey. Ich will dich, oder was? Hey, ich will dich. Ah, ui, ha, 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 ha. Was nimmt der Tisch dabei? Und Sabberletzchen brauchen wir noch. Äh, für mich ein Monster-Energid. Monster-Energid. Ja. Wann auch das erste Mal druck, oder? Nein. Digga, what the fuck. Der hat mir schnell im Zug einen Monster-Energid. Nee, nee, nee. Haben Sie keinen Energy, oder was? Nein. Belastend. Ich glaube, Bionade. Bionade? Bionade. Nee, dann nehme ich doch. Ich wollte gerade sagen, der sieht aus wie Carsten, aber das ist ja auch Carsten einfach. Lieber, äh, eine Cola. Mit Cola. Die für die günstigen drei Euro, bitte. Ja, mit Glas. Ist das umsonst dazu in dem Preis? Das ist nicht. Nee, dann nehme ich doch die Flasche. Oh, Digga. Oh, Digga, wie beschissen, Alter. Nein. Ich habe meinen Insta-Account wiederbekommen, aber ich versuche noch, den Account wiederzubekommen. Alles klar, Bro. Danke dir. Ich wünsche dir alles Gute. Nein, aber sieht voll cool aus, dass der Rudi... Entspannt. Ich hab's für das Weibring nicht brauchen. So eine Lache gibt's nur, wenn du wirklich so viele Kippen rauchst. Du, ich kannst du nachher... Also vorne links hat sie hier gelacht. Ja, ja. Dann passt das so. Das fühlen... Das Pferd sieht aus wie Travis Scott. What the fuck? Oh, Junge. Steffen, nein. Steffen, danke. Digga, entspannt. Einfach mal Wasser klauen. Wie geil. Ey, no joke. Ich hätte so Angst, dass diese Schaufel einfach in meinen Kopf fällt als Baggerfahrer. No joke. Pass bloß auf, du Sauer. Pass bloß auf. Pass bloß auf, ich sag's dir. Wenn du kein Deutsch verstehst, dann überleg dir gut, was du sagst und du auch. Oh nein, der fährt über irgendwo gegen, Digga. Ey. Sie haben das andere Auto gerade angefahren. Sie haben das Auto angefahren und die Hauswand. Ja. Und, äh... Ich geh jetzt mal aus dem Bild, damit nur noch ein Kamel im Bild ist. Nein, das Kamel meine ich. Boah, ich hasse das auch, Alter. Schaut's euch doch an. Ich hasse das, ich hasse das. Das da drüben. Ich hasse das, wenn Mama, Digga, wenn die dann mit so, oh, mit so Fortbildkamera oder mit dieser billigen, wo man so drehen muss. Mann, Alter, wirklich. Ich hasse es. Meine Mutter hat auch einfach an Weihnachten, hat die einfach, Julia, so Kinderbilder von mir gezeigt, wo mein Pimmel drauf ist, Digga. Das ist so unfair. Das ist, ey, das ist so unfair, Chat. Das ist wirklich, ich bin so nackt einfach. Man sieht mein Pimmel einfach auf diesen Bildern. Und das ist so unfair, weil der war halt damals so, ja, und jetzt der halt so. Und jeder fragt ja natürlich, warum ist dein Pimmel als Kind größer gewesen? What the fuck, Alter? Digga, what the fuck, gruseligster Lehrer. Ah, jo, perfekt. Danke dafür. Case King, ich hab auch mal meinen PC gewaschen, der funktioniert irgendwie nicht mehr. Könnt ihr mir da vielleicht helfen? Hey, Junge, das ist doch, Digga, das ist doch nicht dein Ernst. Einfach rückwärts. So, so true. Wenn du mitten in der Klausur bei der zweiten Aufgabe bist, das schon klingelt. Hast du denn diesen Link eingegeben des S4-Punktes Geld in dein Server? What the fuck? Vereinstellung, ich hab. Ja, I can feel it, I can feel it coming in the air tonight, hold on.